Junior sind im Zoo. Sie sind bei den Bären. Papa, können wir jetzt die Elefanten besuchen? Was? Du willst nie die Elefanten besuchen. Aber heute mag ich die Elefanten. Junior, die Elefanten sind... Wir können laufen. Du liebst Sport. Oh ja, ich laufe wirklich gern. Junior und Eddie laufen los. Komm, Papa. Warte, Junior, warum laufen wir? Du läufst nicht gern. Ich laufe nicht gern. Aber ich esse gern Eis. Und am Elefantenhaus gibt es Eis. Elefanten besuchen. Laufen. Ich esse gern.